Himmel, das gehört auch mir. Also was, du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ich bin so Frank. Du solltest das Haus durchsuchen. Mir gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Ich lass es dich wissen. 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 Bereit? Will, ich hab das gefunden und denke, du solltest es haben. So fühlst du dich. Schön leck dich doch, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Okay, Will, dann los. Okay. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie. Halt dich bereit. Jetzt. Jetzt. Gib Gas. Gib Gas. Super. Hey, ganz toll, Kleiner. Die andere Seite. Links. Oh Mist. Okay, das war's. Zurück zum Truck. Wir sind zu langsam. Wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Leute, am Haus vorbei. Recht. Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Das ist mir... Der Tag versaut. Das weißt du, Joel. Äh? Okay. Sie muss auf den Hügeln. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie hört sich das an, Bill? Ja, und die Infizierten hören das auch. Wir müssen in den Schwan. Los, los, die Gas. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast unterbracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Hier, habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Raum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bilder, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quäht? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Oh, mein Gott. Oh Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm, das ist von Bill? Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Oh, tja, ähm, hier. Na, weg, das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh Mann. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kleben die zusammen? Ähm. Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen, okay? Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na, klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Bitte! Oh Mann. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh, Lord, if you hear me. I can't open you. I can't open you. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Komm raus. Schnell. Komm her, du bist. Lass mich los, du blöder Sack. Ciao. Ich zeigst dir. Ich zeigst dir. Verdammt noch mal. Was ist bloß los mit denen? Tatsache durch. Los gehen wir. Okay. Achtung! Mist! Bleib unten! Sei da! Ich hab es! Alles gut. Get out. Ach, du performst. Gib mir Deckung. Die Truck! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde dieses Arschloch und zum Teufel ist er Okay, ich glaube das war der letzte alles okay Ja, ich glaube schon Gut, sehen wir zu, dass wir wegkommen Du weißt wie es läuft, zieh dich um und such nach was nützlichem Zubefehl Zubefehl ... Was ist das? Es muss einen besseren Ausweg geben. Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Na, los! Okay, jetzt versuch es, mit irgendwas aufzuhebeln. Ähm, hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Da! Äh... Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Ja. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenn beide Seiten. Oh. Und äh, bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es wie du willst. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schlafen. Oder schlafen. Hier schlafen. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Dann mal los. So geht es doch. So geht es doch. Oh. Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Okay. Hey. 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 Was?